Hallo YouTube, da sind wir wieder! Zu Heroes and Generals. Oh, hab ich dir reingesprochen? Nein, Herzchen, alles gut. Ah, wunderbar. Oh, ne, siehst du, ich mach wieder den Fehler. Ich spanne mit meinem falschen Soldaten. Heute wird sich nicht verbal gewehrt, heute wird zurückgeschossen. Das hat sich überhaupt nicht gereimt, was war das denn? Peppa. Ach, Reim. Du weißt doch, coole Leute gucken nicht in Explosionen und da muss ich auch nichts sagen. Oh, wer fliegt denn da? Das war schön. Welch eine Ironie, dass auch AIM Beta gestorben ist. Er hat Beta geaimt, würde ich sagen. Oh, jetzt stehen wir hier. Und sonst so. Ja, wir machen jetzt noch eine schöne Runde. Stehen hier rum. Oder vielleicht finden wir noch ein Fahrrad oder was? Jeder Engländer würde bei diesem Wetter auch schon Sonnenbrand kriegen. Was? Entschuldigung. Mhm. Komm, wir gehen wandern. Ich glaub, wir rennen, glaub ich, einfach mal. Oh, da, guck mal. Ja. Unsere Flugzeug- und Fallschirmspringer, die sind von uns. Ach, Entschuldigung. Ach, die Mission. Ja, alles klar. Ach, jetzt seh ich das auch. Erstes Zimmer. Ne, wir machen das einfach. Ähm. Linksberg oder was? Oder, ja. Oh, da kommt noch einer. Ja. Ja und nein. Aber die liegen auf dem Dach da oben. Wir müssen da mal ganz schnell hin. Da oben rennen sie. Oh. Ist ja... Einfach mal ein Freudensprung oder was? Da versteckt sich einer hinter der Ecke. Ja. Das ist gefährlich, da durch die Tür zu gucken. Hat der Kollege gemerkt. Ist er da? Ja. Ja. Ich komm mal an. Totzbleitz. So, guten Tag. Oh. Ach, da oben auf dem Berg. Verstehe. Ne. Ne. Ich sage einfach mal, ich habe dich gerettet. Das kann gar nicht sein. Was? Ich wurde von einem Teamkill. Ja. Von Nemut... Nemut... Lut... Nemeltür... Kümel... 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 Ja, das... Im Endeffekt hat die Person, glaube ich, nur Hunger. Ja. Echt? Also im Grunde fliegen hier überall Menschen durch die Gegend. Du? Oh, mich hat er auch erwischt. Wir nennen ihn einfach Nom Nom Nom. Jetzt wurde ich direkt nochmal von einem Kübel überfahren. Gut. Ja. Das kann man mal machen. Mhm. Das ist aber auch ein Nebel hier. B1 wird eingenommen. Es ist wieder soweit. Nein. Das ist nicht richtig. Da fährt schon wieder ein Kübel. Die springen auch bei B1 ab gerade. Treibst du dich überhaupt rum? Ja. Bin ich da. Mein Gott, man sieht ja gar nichts. Ach. Ach. Setzte mir einfach mal einen Schuss. Da war einer. Ich sehe nichts. Oh, Hilfe. Ich höre nichts. Hier stürzte ein Messerspieler. Oh. Der ist ausgestiegen. Was ist denn das für ein Pro? Er hat eine Landung. Ich treffe ihn nicht. Fallschirmspringer bei euch. Kommt an. Oh, fuck. Nein, das habe ich nicht zu sagen. So was sagt der. Der ist da gerade. Was? Fallschirmspringer? Hier bei B1 oder was? Ja, ich habe ihn markiert. Läuft oben auf den Berg. Ist aber glaube ich jetzt höher. Was ist denn hier los? Was sind sie denn jetzt alle so? Äh. Berg oder was? Nö. Alles gut. Ja. Berg, alles gut. Was rennst du überhaupt mit deiner Bazooka durch die Gegend da? Das ist nicht meine, die habe ich gefunden. Oh. 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 Ach, da springe ich wieder einer rein. Zu B1. Hättest du wohl gerne. Ach, hier oben läuft auch noch einer. Und ich treffe mich. Jetzt habe ich getroffen. Und von hinten kommt nom 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 und staubt ab. Da ist schon wieder einer drin. Ja. Ein Treffer. So. Ach, ernsthaft? Da kommt noch einer angefahren, oder? Was war das im Hintergrund? Ach. Warte mal. Da unten ist ein Kügel rumgefahren, oder? Ach nee. Piu. Die haben es aber auch abgesehen auf den Spot. Hier. Ist einer reingerannt? Nein. Sonst würde es ja schon blinken wahrscheinlich. Oh. Ah, genau. Ach komm. Was denn? Oh. Nee. Ist da doch einer. Ja, es war einer. Ja, es war einer, aber... Granate sagt nein. Le Granaté. Grenadine. Nein, da kommt der Dx. Wirkfall... Fallschirmspringer bei B1. Bei Fallschirmspringer. Ja. Na ja. Er ist schon wieder tot. Was sind mal die beiden hier? Die haben jetzt wieder das Fallkübel angefahren. Die Deutschen haben halt immer nicht viele Fallschirmspringer. Die müssen immer die beiden haben, ja? Ach ja, ist schon tot. Wann kommen die nächsten Fallschirmspringer? Ich könnte noch ein bisschen was töten. Jo, mir ist danach. Hey. Bitte? Entschuldigen Sie bitte. Oh, auf mich wird geschossen. Hm. Ja, das führt. Es. Ach so, jetzt haben wir B2 und jetzt kommen sie nicht mehr rum. Na, das ist mir auch ein bisschen schade. Das ist mir gar nicht so sicher, du kennst uns. Na, jetzt springen sie aber da hinten ab. Ja, das ist ja das große Problem. Das ist schlecht, sagst du? Geht, warte mal. Ich sehe hier einen Mountainbiker. Bei mir ploppt die ganze Zeit immer nur Feind in Sicht. Und hat er denn vor? Oh, er kommt doch nicht zu. Ich sehe die nicht. Ich treffe ihn nicht. Er ist schon weg. Also, ich habe ihn, den Kübel-MG-Mann getroffen, aber das MG war stärker. Jetzt springen sie hier wieder ab. Ich würde einfach mal kurz warten. Och, Gungier! Oh. Zwei. Ich glaube, dieses Spiel spielen wirklich nur 200 Leute oder sowas. Ja, und wir halt. Das reicht ja. Ich hoffe mal, der MG-Mann ist jetzt nicht mehr auf seinem Kübel. Ach, der MG-Mann? Ich glaube nicht, der ist immer noch auf seinem Kübel. Ich glaube, das ist ja gut. Mann. Moment, oder welchen meinst du? Da hinten, wo ich gemarkt habe. Ach so. Ja, das ist er. Und da, er versteckt sich ziemlich gut. Oh, da war er gerade. Na toll. Ach, Mist. Komm, lass dich nochmal sehen. Mist. Nein! Ach, jetzt ist er eingestiegen. Juhu! Das gibt's doch nicht. Der hat bestimmt so ein Heiler-Ding auf seinem Moppet. Das ist ja immer wieder... Ja, wir sind schon wieder bei B1. Oh mein Gott, bitte stirb. Ei, ei, ei. Verdammten Deutschen. So hartnäckig. Der ist aber auch noch nicht gerade nett. Jetzt ist er da schon wieder drauf. Das gibt's ja gar nicht. Ist das der gleiche? Wer war denn das? Ne. Peichen 01. Ah! Jetzt sind wir tot. Nein, sind wir nicht. Ich fahre einfach rückwärts den Berg hoch. Hier, langsam. 6.0. Weil du Fahrrad fährst? Ja, so in der Art. Nein, meine Fahrkünste mit dem Jeep, das sind quasi stirb langsam Episoden, weil es fehlt nur der Bruce, weil den Willis haben wir ja schon. Herrlich. Das war... ...professionell. Ja, war jetzt auch heil rausgekommen. Das ist gut. Er denkt sich auch, war was? Ich wollte das machen. So, Kübelmänner. Runde 3. Ha, einmal mit Profis. Da rettet schon ein kleiner Mann. Ja, ich... Wo bist du? Ne? Ach, da. Was? Wieso? Was? Ach, wer? Kleinen Moment. Ich rette dich. Guten Tag. Er ist wieder versteckt. Rechts ist einer. Oder ist auch... Ja, hier sind ein paar. Alles klar. Hier sind noch ein paar Leute. Warte mal. Warte mal, da ist ein... Yes. Ich war fahren. Das ist wieder weggemacht. Das gibt jetzt bestimmt Beschimpfe. Naja, alles gut. Ah, nichts passiert. Oh, hallo. Uah. Das gibt bestimmt im deutschen Chat jetzt erstmal was. NG-42-Fan. Ja, das sind alle deutschen, by the way, ne? Moment, ich krieg den ersten Gang nicht rein. So. Möchtest du mit? Was ist denn das Ding? Da bist du gar nicht. Ach, da bist du. Ja, ab hinter feindlich Linien. Das ist immer guter Plan. Hey. Glaub doch mal. Alter. Was denn? Recken Sie ein. Fahr doch endlich. Wir fahren aber diesmal da lang. Mhm. Weil... Ja, genau. Ja, nee, fahr ruhig. Ja, mach doch. Ja, das ist okay. Das ist halt... Das ist halt Hagel, Nebel. Ne? Ja, bei solchen Witterungsverhältnissen muss man damit rechnen, das ist auch Hagel. Ja, das kann passieren. Geht die eben auf öffentlichen Straßen, wo ist es genauso? Kugelschaden. Wer hat das noch nicht eingereicht bei der Versicherung? Da ist ein Baum. Wo? Na, ich bleib jetzt mal hier. Kein Moment. Ich hab mich kaputt gemacht. Ich fahr ein Jeep. Ich bin geländetausch. Aber wenn's danach geht, machen wir das auch richtig. So. Du qualmst ganz schön, möchte ich meinen. Guck mal. Machst du dir die Zeit, oder was machst du jetzt? Jetzt kommt das Schloss noch mit der Kette am Treib. Na, kann mal gehen. Den Krattschloss auch? Ja. Hast du ein Handy dabei? Ähm, nein. Das ist aber doch. Oh, da ist ja einer. Aua. Das kam aber ein bisschen spät. Ach, dich hat er erschossen. Nein. Ja. Das war ein Betäubungsgewehr. Das steht auch. Der nimmt mich jetzt mit nach Hause und zieht mir Frauenkleider an. Ehrlich, ne? Das bist du ja gewöhnt. Ja. Aber ich möchte trotzdem eher gefragt werden. Weil dann kann ich mir die Kleider wenigstens noch ausführen. Das ist bei der Ansicht. Der liegt da. Ach, der liegt da wirklich. Ja, auf diese roten Pfeile einfach mal drauf schießen. Das ist so. Ja, hier, roter Pfeil. Oh, oh, hier am Anfang. Warte mal. Roter Pfeil. Das war zwar keine roter Pfeil, aber... Oh, nein. Ach, Mensch. Wer war er jetzt wieder? Ja, Xandy. Da ist er ja schon wieder. Die haben alle so leicht russischen Namen. Das gibt's am zu denken. Ich hoffe, mal in dem Spiel werden vielleicht noch weitere Fraktionen zugefügt. Direkt Russland. Und wir spielen ja auch meistens deutsch und spielen anders, ne? Es kommt drauf an, ob sie quasi den Pazifikkrieg oder so noch mit reinbringen wollen, weil dann alleine fehlt ja nur auf Japan. Also, ich meine, ich habe mal was zu richten gelesen. Es kommt ja auch bald das neue... Aktuell spielen wir den Rommel-Build. Und der nächste ist der... Lass mich lügen. Spätznatz-Build. Da kommen unter anderem zwei neue Waffen. Einen Revolver und die Luger für die Deutschen. Ansonsten muss ich bestimmt... Wäre ja auch schon schön, wenn sie die Hitbox denn endlich mal... Oh, Hitbox endlich mal reparieren würden. Ja. Das war wieder eine... Alarm. Eine Alarm für Cobra-Dröll-Folge. Dröll. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Hauen sie rein. Gehen sie weiter.